Ich bin Dominik Lobalu, ich trainiere in St. Gallen. Dominik ist als Läufer, eine schnelle Läufer, Mitteldistanzläufer. Und als Mensch ist er auch sehr sympathisch, sehr freundlich. Und sehr schnell kann er mit neuen Leuten Freund sein oder einbinden kann. Das Training hier ist sehr gut mit Tadesa. Wir lachen. Wir machen Teamwork. Alles ist gut. Untertitelung des ZDF für funk, 2017